Hey Leute, willkommen zu meinem allerersten Tag vor 3 Videos. Ich habe schon ein bisschen vorgezockt. Heute haben wir langweilig nach 10, jetzt machen wir noch ein bisschen Story. Ich werde noch ein bisschen vorfahren. Schreibt ruhig in die Kommentare, ob ihr noch einen zweiten Teil wollt. Oder leite das Video, wenn ihr noch ein paar Tage habt. Lass dich auf jeden Fall. Oh nie. Das ist cool. Volles. So. Versuche jetzt irgendwo auf den Bogen zu sparen und alles. Was ist das? Ich muss mal zeigen, dass ich richtig keine Aufmerksamkeit habe. Halt. Tempo. So. Anguban. Waffe. Ich würde noch mal auf dem, wie ich meine Hand hatte. Halt im Spiel. Ich würde noch gerne Pause machen, wenn ich das durchlesen wollte. Ja, ich wollte es fragen. Was macht mir so nix? Ja. so Das ist zum Schluss. Ich bin ja weiswürgen, dürfen ich dafür kommen. Ich bin ja weiswürdig. Ich bin ja weiswürgen! Was ist das? Ich habe das. Ich habe das. Ich habe das. Ah. Oh. hoch ist hoch ist hoch ist klein hier mit dem Fleisch Was ist denn nun? Waffenloh. Ich hab' ich noch mal einen Pfeifen. Ich hab' ich noch mal einen Pfeifen. Halt er doch. Oh, was ist denn nun? Was ist denn noch hier? Oh, was ist denn jetzt? Wir leben hier. Die Flasche sind hier. Die Flasche ist hier. Fortschritte. Wholee. Ich hab' es gesehen. Oh shit. so wahrscheinlich wird gleich noch ein Portekinio oder umdreißen Rauch dein Kleiner wieder. Inhalte Ich bin ein Schalien. Hey du, können wir reden? Meine Karre will nicht. Kennst du dich da aus? Grüß dich. Das ist ja mal gar nicht. Das ist ja mal gar nicht. Grüß dich. Grüß dich. Grüß dich. Grüß dich. Ich habe keinen Ame. Grüß dich. Grüß dich. Grüß dich. Ja. Ciao. Hallo? Unkoch, das war nicht so geil. Hallo? Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Au. Fuck! Oh, ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020